sehr ziemlich angenehm wenn das heute wirklich denn das letzte mal sein wird also so storymäßig weiß halt nicht ich werde mich noch ein bisschen informieren sanja du bist ganz schön schnell du hab wartet hin im wald auf die ich soll ich dich hinbringen klar okay das kommt mir ziemlich zugute dankeschön da sind die beiden ja gut letztes mal haben wir mit reflex ganz gut was gemacht oder war gefextes player player in nummer eins machen wir so heute ich weiß nicht ob wir gleich noch mal kämpfen müssen bin sehr gespannt so hallo hey ganz ruhig ganz ruhig alles ist wieder in ordnung hörst du du kannst dich selbst unter kontrolle halten ich glaube an dich immerhin bist du der held der die gala regierung gerettet hat oder du du hast dich tatsächlich beruhigt fantastisch ich wusste dass du es schaffst du liebst bisschen hopp du siehst ziemlich durch den wind aus oh hi da seid ihr ja äh gut möglich ich wäre war so damit beschäftigt zu beruhigen dass ich alles andere vergessen habe und glaub ich dass du einfach allein durchgestürmt ist und den legendären hellen zu besänftigen ja finde ich auch es war aber ich kein zucker stecken sage ich dir was echt jetzt ist das dein ernst die batterie ist leer das ist voll mein ernst ja leute kleinen cut bis gleich so da bin ich wieder und das spiel müsste eigentlich gleich wieder da sein da liegt es auf jeden fall schon mal sehr gut was echt jetzt ist das dein ernst was hat sie denn von dir ich glaube es hat meine talent als trainer anerkannt und es möchte teil meines teams werden wirklich das ist ja großartig also wenn du das wirklich ernst meinst mal sehen okay jetzt kämpfen die beiden gegen einer scheime oder er wirft direkt den pokéball es wackelt nicht mal wie langweilig ist das denn ein bisschen mehr liebe wäre schon cool gewesen teilweise das wäre glaube ich nicht mehr aufwand gewesen hopp hat sie angefangen oh cool ich muss schon sagen die zwei sind echt unglaublich ich kann selbst noch nicht ganz glauben was da eben passiert ist aber ich habe das gefühl dass ich ja dank all dem einen einlasskampf wieder beginnen kann ich habe eine bitte an dich denke jetzt bloß nicht dass ich bärte es nachahmen will aber willst du denn bitte noch einmal gegen mich kämpfen hier wo er es angefangen hat das habe ich mir gedacht dass er noch mal kämpfen will im schlummerwald na klar mache ich doch natürlich so das ist glaube ich jetzt der letzte kampf wahrscheinlich sogar den wir so storytechnisch erleben werden also von der hauptsache her ich bin mal sehr gespannt was er jetzt noch zu bieten hat also ich werde auf jeden fall reflex denke ich mal vorne lassen also ich habe mal center war jetzt also tatsächlich war vorhin auch kein problem mit reflex ist aber diesem kampf halten wir uns kein bisschen zurück okay bis bald ja dann los lassen so ist wegen so bin ich mal gespannt also dann los geht's russern keine falsche zurückhaltung ist glaube ich das erste mal wirklich seit langem dass wir nicht irgendwas effektiv ist gegen dich nein habe ich nicht alles nur normal effektiv als auch ein normales pokémon ist muss ich mal gucken ich denke mal doch machen wir mal unser duradlon das ist ein bisschen druck dass ich halt kein vertraut der uns halt so viele kämpfe leichter gemacht egal das würde eigentlich ihnen mehr schaden machen als mir denke ich aber auch nicht okay eigentlich sollte ich ach okay er hat stimmt aber da ist auch schon zimmer center hallo zazian äh zazian mutter ist sorry gut dann äh reflex ich brauche dich was und wen habe ich denn eingesetzt vorhin hat er jetzt einen stahltyp gekriegt oh gott das ist natürlich jetzt äh nachkampf aua oh gott er ist jetzt sogar noch gefährlich scheiße ähm niep mal mach mal wieder reflex ähm wie mach ich das denn jetzt am besten natürlich sehr uncool gerade äh macht halt super viel schaden klar wenn man treffe ich das ist schon mal sehr gut das ist die helfe von das ist die helfe seiner kp das ist ziemlich gut das ist aber ziemlich gut aber ich werde nicht schnell genug sein denke ich oder ne knirschen komm nochmal durch na na ok ich denke mal wenn wir ihn raushaben ist das kein problem aber dafür muss ich ihn erstmal raushaben wenn er nicht sogar noch beleber dabei hat oder sowas ist strom schoss ah er hat er reaktionen dabei er ist ziemlich gemein ist pokémon gerade oh rückstoß dankeschön wenn ich nochmal polita rein weil polita also ich gehe jetzt irgendwie daraus dass ich gleich mit einem top genäßung oder sowas noch mal um die ecke kommt gigantennheed gigantennheed das ist jetzt eine creatureattacke aua aber gut das habe ich das habe ich nämlich gerade eingeberechnet da hatte ich gerade gedacht ok das könnte uns retten der bollenhelm mal wieder ja gut jetzt ist eigentlich alles top wir haben noch genau zwei pokémon ähm ich versuche gleich mal was ähm mein antrieb im leben war es immer zu meinem bruder aufzuschließen doch jetzt wo er nicht länger der champ ist fehlt mir ein klares ziel ach relax hat er auch noch stimmt es ist sehr viel gefährlicher jetzt wo wo wir gar keinen pokémon haben es ist wirklich viel gefährlicher ich brauche auf jeden fall reflex als player rambos sehr gut ich habe Gottraum aber wenig ich versuche mal anzugreifen das macht halt super schade mal gucken wie viel das habe ich halt auch nicht eingesetzt ja es ist mhm 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 rilaxus werde ich noch gefährlich ja den start hatte er noch das wort runden äh das wort runden natürlich äh den hat er noch gehabt weiß gerade nicht eigentlich musste er halt eine gute ja eine gute verteidigung aber keine guten spezial verteidigung genau geil die jetzt die wir von rilaxus sinkt ich werde gewinnen ich denke mal doch dass wir also es wird ein es ist eigentlich ein würdiger letzter Kampf sogar oh Gott jetzt muss ich schon mal relaxo raus ich bin jetzt natürlich gespannt wer jetzt dieses kommt tschüss relaxo bye bye intelon da ist es auch schon moment ich versuchte einmal zu hören du und sanja gc streb mal einen weg und ich ich hatte das gefühl dass ich irgendwo stehen geblieben bin E.T.L.E.A.N. Sie sind auch alle ein bisschen höher als ich. Völlig interessant. Vielleicht zwar nicht im Ansatz, aber... Was soll's? Ja, das hatte ich nämlich gedacht, dass er noch irgendeine Eisattacke hat. Oder haben wird. Das ist natürlich jetzt... Ich mache das mal anders. Ich gehe mal auf Käfer... Ich gehe mal auf Mortenerva, weil Mortenerva eigentlich normalerweise ein bisschen was abkannen können sollte von den Eisattacken zumindest. Wenn er jetzt nicht mit einer Superspezialattacke um die Ecke kommt. So, dann mache ich da mal Hickoertrunk. Ich hätte mir gedacht, dass er so einen Eisschalber so was bestimmt hat für den Starter. Ich habe auch kaum noch Hickoertränke, merke ich gerade. Ja, komm, das wird mich rausnehmen, denke ich. Ich hätte wieder heilen sollen. Ja. Wir versuchen uns jetzt mit Gottraum weiter. Oh, Moment, ich habe Reflex hier auch noch. Oh, warum vergesse ich den Reflex gerade komplett? Ich probiere das mal. Ob ich es mit Eisstrahl... Ob ich die Eisstrahl überlebe. Ja, Gott sei Dank, aber... Gott sei Dank. Ja, Interlern ist weg. Super. Ey, gut gemacht, Gottraum. Sehr schön. Witzigel. Ähm, was warst du nochmal? Doch dann hatte ich zusammen mit mir, dir und jetzt... Da habe ich begriffen, dass ich anderen Leuten helfen kann. Das war doch genau der kleine Igel. Was, ist das ein Gift-Pokémon? Ich glaube, das war ein Gift-Pokémon sogar. Habe ich, äh... Top Genesung. Okay, manchmal. Bin nochmal gespannt. Ja, da hat er Gift-Pokémon. Genau, das hatte ich nämlich vermutet. Ah. Was mache ich denn jetzt am besten? Eigentlich wäre halt ein Stahl-Pokémon perfekt. Ich geh auch immer Durablan wieder. Weil der die Gift-Attacken halt abfangen kann. Also wir haben auf jeden Fall die Gefährlichsten eigentlich schon raus mit den beiden. Also mit, äh... Mit Summercent, äh, mit... Katazian und mit den anderen. Mit unserem... Mit dem Starter von ihm. Die haben wir ja schon raus. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt ist halt nur noch die Frage, was hat er halt noch halt? Also wir wissen ja... Unseren... Das Schaf. Das könnte noch spaßig werden. Mal gucken, wie Schaden das macht. Okay, Schaden. Okay, Verteidigung? Nee, Angriff. Okay, Top-Dixer, ja. Das sollte aber auch gar nicht so viel Schaden machen, oder? Nee. Juckt ihn nicht. Sehr gut. Gut, dann muss ich mal gleich gucken, was die letzten beiden sind. Das ist halt nur sehr interessant. Ja, beziehungsweise eins wissen wir ja schon. Oh, beziehungsweise... Ist das dein Ernst? Jetzt hieß du den scheiß Kampf auch noch? Wow. Wow. Einfach nur wow. Wow. Das ist, äh... Findest du mich doof? Oh, nö, nicht. Was ist jetzt denn dein Ernst? Was macht denn Metallschluss? Das muss gleich mal nachgucken. Das kann halt jetzt gar keinen Schaden mehr machen, oder? Sinkt das mal ein Angriff? Oh, es bringt nichts. Scheiße. Na, ist das nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ja, da kommt wieder die scheiß Genesung. Ah, das gibt's auch nicht. Jetzt... Jetzt ist da so ein kleines Mistvieh noch dazwischen, das einfach hier alles weggezögert. Wir haben auch... Nichts effektives zu gehen. Das ist natürlich... ...geilste auf der Welt. Das kann jetzt ein bisschen dauern, Leute. Ich skipp euch das Ganze mal. Äh, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das dann irgendwann besiegt habe. Ja, perfekt. Gut. Ich hab jetzt nämlich die Speklauverträger erst mal gesenkt und dann weiter angegriffen. Ach Gott, eines ging dir das irgendwie nicht. Weil es ja lange gedauert hat sonst. Äh, soll dann manchmal Swolok weiter. Alphafix, was macht die Chance, gegen dich zu kämpfen? Oh, wir haben's aber auch fast geschafft, Gott sei Dank. Es ist halt gleich nur die Frage, was ist dein Letztes. Das ist ne Feenpuker und vielleicht sogar... ...muss ich gucken, was ich mache. Oh, das geht schneller. Okay, gut. Ja, gut. Äh, Warteschild ist dann sowieso egal, wenn wir das machen. Also ich hätte ein paar Mal ein bisschen was schneller machen können, ja. Gezeiht, Leute. Tschüss, Swolok. Warte, Quint hätte ich eben gebraucht. Das wäre gut gewesen. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, was wir als Letztes haben. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Kramor, er hat noch auch einen Kramor, okay. Nee, lass dich mal einfach drin. Ich will ja, also, hey, der Beth-design. Das ist halt so ein Freestyle, sag ich dir. Aber dir geht's bestimmt genauso interessant, oder? Null. Ach, das ist ziemlich peinlich, wenn ich mich als Einziger so freue. Gut, dann kann man lachen oder weinen, so viel man will. Okay, aber am Ende wird's irgendwie trotzdem irgendwo landen. Oh, Kramor. Hätte schon mal ein bisschen schenken können, wäre ganz cool gewesen. Aber ich kann Duradon das jetzt mal. Ich könnte auch zu Reflex wechseln. Aber es hat was gesenkt, ja, im Griff, okay. Also macht der Burschen aber jetzt einfach noch weniger Schaden, wie er sowieso schon getan hat. Das ist halt alles nicht sehr effektiv. Aber gut, was will ich machen? Ich kann nur warten. Beziehungsweise, wir machen das mal eben anders. Ich lasse mich hier mal angreifen. Das machen wir jetzt mit Reflex. Reflex hat uns so oft geholfen. Der kann jetzt auch nochmal den letzten Buff machen. Und dann nicht chillt wirklich mehr. Gut, dann drücke ich nochmal die Lichtkanone rein. Why not. Gut. Er macht die Post darüber weiter. Ich bin beim Bubba, Duradon. Mal gucken, was passiert. Das sollte eigentlich reichen. Danke. Ja, gut. Duradon hast du so gut gemacht. Wunderbar, mein kleines Pokémon. Mein kleines, großes Pokémon. Ja, Mann. Dank dir und meinem Bruder werde ich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Bitteschön. Der allerbeste Schimpf hat wieder zugeschlagen. Du hast echt drauf, Tristan. Doch anders als früher macht mir eine Liga-Niederlage nur nichts mehr aus. Ich freue mich trotzdem gut. Und weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum entdeckt, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemanden werden, der überall auf der Welt Pokern hilft, auf denen wir in Not sind. Ich, ich möchte ein Pokémon-Professor werden. Der Glanke kam mir, als wir von Stadion zu Stadion gehetzt sind, um die wilden gewordenen Pokémon wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß, dass ich noch große Wissenswirkungen in Sachen Pokémon habe und an den Erfahrungen mangelt es mir auch. Doch ab jetzt werde ich mir durch mächtig ein Zeug legen und blüffeln, bis mir der Kopf wacht. Eines Tages werde ich mich dann zu einem Professor-Bremosses haben, auf dem Sanya und du stolz sein könnt. Damit schlage ich zwar einen anderen Weg ein als mein Bruder und du... Doch für mich wirst du immer in meine Gewade bleiben. Das würde ich doch hoffen. Wie meinen wir sind erst zehn, das ist noch... Das ist noch ziemlich jung, man weiß noch nicht genau, wo man hin will. Was braucht du und ich Rivalen auf ewig? Ach, die Jugend. So unbeschwert und voller Endosasmus. Ich glaube, ich habe da was im Auge. Stimmt, also es ist ja sehr... dass ältere Leute näher am Wasser geworfen sind, hm? Wie bitte? Ich bin auch wohl selbst noch krieglebendig und spritzig. Aber hör mal, Hopp, was hältst du davon, bei mir im Labor als Assistent anzufangen? Was? Ich habe alle möglichen Bücher und Dokumente über Pokémon. Einfach perfekt wie jemand, der Pokémon-Professor werden will. Deshalb könnte ich dir so auf deinen Weg mit Ratotat zur Seite stellen. Da brauche ich nicht lange zu überlegen. Und ob ich das will. Aber kannst du mich überhaupt gebrauchen? Was für eine Frage. Zumal ich jetzt ja niemanden mehr habe, der mir zur Hand geht. Auf dich wartet jede Menge Arbeit. Moment mal, du bist also bloß jemand, der die Arbeit abnimmt? Naja, mir soll es recht sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Auch dich auch nicht, Tristan. Ach, danke für die Liga-Karte. Ach, die ballen schon wieder. Was sucht ihr denn hier? Oha, oha. Wahrlich, ein fabelhafter Kampf. Das ist völlig ein rührender Wortwechsel. Oha, oha. Oh Mann, hatte ich ein Tränchen vergossen. Schwerter und Schildrich? Und ein Hess? Und du auch, Bruderherz? Was wollt ihr denn alle hier? Kein Grund, gleich so einen Aufstand zu machen, junge Frau. Wir sind nur hergekommen, um Tristan die Ehre zu erweisen. Die beiden wollen sich bei du nicht davon überabbringen. Wir haben sich persönlich zu entschuldigen. Ich bin quasi nur, hier mal auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind sie ja Nachkommen des alten Königshauses von Galar. Wie es aussieht, habt ihr recht, glaube ich, Arbeit geleistet, während ich im Roastower damit beschäftigt war, das Chaos zu besatigen, das der Präsident nicht verlassen hatte. Bruderherz, du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben. Überall haben sie Pokéons zu Diamond X-Zion gezwungen. Das hättest du mal sehen sollen. Und wir bereuen unsere Taten zutiefst. Aus Bruder und Ergoismus haben wir in Kauf genommen, dass unschuldige Pokéons verletzt werden. Nächster Satz hat Tristan unsere hochmutige Haut gerettet. Deine Großmütigkeit ist größer als deine Mechs. Du wärst wahrlich als König geignt, als wir... Das geht da... Jetzt geht das schon wieder los. Wann begreift ihr zwei endlich, dass Sotian und Sanderzette die Warenkönige sind? Nein, nein. Und nochmals nein. Wir sind das Scepter schon aus der Hand geben müssen, dann zumindest an Tristan. Hm. Je genauer ich da betrachte, desto mehr spüre ich wie dich eine Aura, die ja Berühmtheit umgibt. Die beiden haben zwar eine Schraube locker, aber irgendwie erscheinen sie dich ins Herz gestoßen zu haben, Tristan. Oha, schon so spät. Wir würden gerne noch verweilen, doch wir müssen aufbrechen. Auf uns war dein großer Spielspießrutenlauf, bei dem wir uns beiden Leuten entschuldigen, die durch unsere Taten Unannehmlichkeiten erfahren mussten. In diesem Sinne, ade. Hey, wer hat euch erlaubt, einfach so abzuhauen? Hopp. Na ja, was ist? Ich habe deinen Kampf gegen Champ Tristan mitverfolgt. Du bist wahrlich unheimlich stark geworden. Oh mein Herr, hätte ich Klorik rausgelassen und selbst mitgekämpft. Es freut mich sehr, dass du jetzt deine Bestimmung gefunden hast. Und du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Aber das sage ich jetzt nicht bloß, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich dir auch als dein Rivale. Äh, danke Bruderherz. Yeah man. Ich bin ein Spast. Der besiegt wurde. Wow, in Lop von dir, dann hört man wehrlich nicht alle Tage. Da hast du es nicht verständigt, dass auch dir mal die Worte fehlen, Hopp. Ach, hör schon auf sein, ja. Also dann Kids, machen wir auch wieder uns auf den Rückweg. Oh ja, das ist die Gelegenheit für ein Wettrennen bis zum Waldrand. Los geht's. Oh, das war's jetzt. Oder? Kommt da noch was? Auf jeden Fall ist das jetzt das offizielle Ende von der normalen Version. Also Ende. Da kommt das Ende auch nochmal. Ja Leute. Äh. Ich starte das Spiel jetzt schon mal neu. Ne, es lädt irgendwas. Was liegt denn da? Ah, okay. Doch, das Abenteuer ist aber noch. Lach ist zu Ende. Durchfährst du die Galar-Region nach neuen Puckern und schnappst sie dir alle. Es gibt es zudem den Kampfturm und dein Turnier erwartet auf einen neuen Herausforderer. Stell deinen Können unter Beweis und müsst dich mit Stärkern gehen als je so vor. Oh, das klingt tatsächlich ziemlich cool. Mal gucken, vielleicht zeige ich da nochmal irgendwas von. Aber zumindest von der Story her soll das jetzt gewesen sein. Ich denke auch, dass das Projekt für mich damit erstmal beendet ist. Das heißt, ihr werdet morgen keinen täglichen Part davon haben mehr. Sondern es wird ein neues Projekt starten. Also, ich denke, das Hauptprojekt sollte damit durch sein. Wir werden irgendwann vielleicht noch die DLCs reingucken. Wer weiß. Ich werde mal schauen, ob ich mir die wirklich holen möchte. Oder ob ich das nicht lieber lasse. Äh, ja Leute. Ich würde sagen, das wäre das Projekt soweit gewesen. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Und ich freue mich, euch bei neuen Parts und neuen Projekten begrüßen zu dürfen. Es war mir wieder eine Ehre, euch unterhalten haben zu dürfen. Bis dann und bye bye.